Ja, Geduld ist etwas. Ich bin nicht der geduldigste Mensch. Ich erinnere mich an eine gewisse Rennposition, ganz genau an eine Hockeyposition, wo ich ein Blickfeld gegen hoch und links eine Verzögerung habe, respektive verschiebe ich es zum Doppelbild. Und ja, das erschwert mir oder macht den richtigen Abfahrt für mich unmöglich. Ja, bei den Abfahrten, wo es ja alles abverlangt bei uns. Und das ist mein Problem. Und ja, mein Limit kommt dadurch zu früh. Und das Limit, diese Grenze, muss ich wieder verschieben können, indem das wieder gesund wird. Planen ist sehr schwierig zurzeit. Es gilt, zu therapieren. Ich versuche alles Mögliche, um eine Reaktion zu bekommen, damit es besser wird. Fit zu bleiben, bereit zu sein, falls eine Verbesserung dann mal da ist. Und sonst mehr planen kann ich nicht. Ja, es ist wirklich Woche für Woche, dann gibt es nichts anderes. Ja, ich bin nicht der geduldige Mensch. Immer noch nicht. Ich werde immer geduldiger. Und jetzt ist halt wieder eine Geduldfrage. Vielleicht werde ich noch mal besser. Aber ja, es ist auch schön, wenn es mal in die andere Richtung wieder geht. Und ja, nicht immer auf Geduld muss gehen. Es ist ja immer eine schwierige Situation, von zu Hause aus zu schauen. Aber ja, ich fieber auch da mit, mit dem ganzen Team. Und auch mit meinem Bruder, der im Einsatz ist, mit regerem Austausch. Und darum bin ich da voll dabei. So, ich will Aufmerksam.